Wo wäre deine persönliche Grenze, wo würdest du dich zu eingeschränkt fühlen von den Maßnahmen? Ich habe da irgendwie keine richtige Grenze, weil es ist schon alles so eingeschränkt. Auf jeden Fall fühle ich mich eingeschränkt, aber ich würde trotzdem sagen, dass alle Maßnahmen ein Unfall sind. Also ich bin persönlich auch eigentlich Fan von dem Konzept No Corona oder Zero Corona. Und ich war schon ziemlich einsam am Anfang, also ich fand das sehr, sehr belastend. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn hier eine neue Maßnahme kommt, dann bedrückt mich das voll. Und ich fühle mich da so richtig hilflos. Werdet ihr euch impfen lassen? Wenn ihr dann irgendwann dran seid? Ja.